Ich lege nun die Gitarre weg, mit der ich euch unterhalten habe, und zwar mit großer Ausdauer, wie ihr gemerkt habt. Ich habe euch einen Knoten gewoben, den niemand entwirren kann. Damit ist meine Pflicht erfüllt und das Wesentliche erzählt. Aber ihr Kreolen, damit ihr mich recht versteht, falls Bedarf besteht und man mich gewähren lässt, habe ich noch genügend Strophen übrig, und damit verabschiede ich mich, ohne zu wissen für wie lange. Wer Sicherheit sucht, der schneidet im Weichen. Ich aber schneide ins Harte, und so werde ich es auch in Zukunft halten. Es lebt der Adler in seinem Nest, der Tiger im Urwald und der Fuchs in fremdem Bau. Nur der Gaucho irrt mit ungewissem Schicksal umher, je nachdem, wohin der Zufall ihn verschlägt. Arm und verwaist ist er, ein Spielball des Glücks. Keiner ist dazu bereit, sich für ihn einzusetzen. Der Gaucho soll ein Haus haben, zur Schule gehen können, er soll Rechte haben. Und man soll einmal mit diesen verfluchten Intrigen aufhören. Da mache ich nicht mit, denn jene, die wie die Geier auf dem Aas hocken und herumschreien, stiften nur Verwirrung. Gebe Gott, dass sich das einmal bessert. Doch um die Sache gut zu machen, muss man bedenken, dass das Feuer, soll es wärmen, von unten kommen muss. Der oben fühlt sich im Recht, wenn er tut, was ihm nützt. Vor seiner Hilfe nehme man sich in Acht, und vor allem, was er sagt. Unter Bäumen zu liegen, die Milch absondern, bringt immer Schaden. Für den Armen setzt es beim geringsten Fehltritt Hiebe. Doch ich habe das durchschaut und ziehe folgende Konsequenz daraus. Der Gaucho ist das dünne Fell, aus dem man die Riemen für das Lassum macht. Auf das, was meine Zunge spricht, könnt ihr alle vertrauen. Denn, versteht mich recht, mit Habsucht beschmutze ich mich nicht. In die Hütte, in der sich dieses Buch befindet, regnet es nicht hinein. Erlaubt mir nun, mich auszuruhen. Genug der Arbeit. Halte mit dem Singen ein und weigere, mich fortzufahren. 33 Gesänge habe ich vorgetragen, und genauso viele Jahre wurde Christus alt. Prägt euch die Worte gut ein, die ich euch zum Abschluss sage. Ich werde mein Werk fortführen und zu Ende bringen, so ist mir nicht an Mut und Geist gebricht. Und bin ich nicht mehr am Leben, dann seid gewiss, dass selbst der Gaucho in der Einöde Trauer tragen wird, wenn er davon erfährt. Denn das Elend, von dem ich berichtet habe, betrifft alle meine Brüder. Sie werden meine Geschichte stolz in ihrem Herzen bewahren. Meine Landsleute werden mich immer in Erinnerung behalten. Die Erinnerung ist ein mächtiger Herr und eine lobenswerte Eigenschaft. Und jene, die vermuten, dass ich ihnen mit dieser Geschichte eine Tracht Prügel verabreichen will, sollen wissen, dass Erinnerung haben auch bedeutet, das Schlechte zu vergessen. Es fühle sich niemand beleidigt, denn ich will keinem lästig sein. Und wenn ich auf meine Weise singe, weil ich es so für richtig halte, so gereiche es keinem zum Schaden, sondern allen zum Guten.